heute machen wir pols das ja ich bin halt wir spielen jetzt zusammen er kann leider nicht da sein und freuen aber okay ich bin auch zusammen wir haben jetzt noch so ein klein ja dann könnt ihr auch gerne reinkommen wenn ihr abonniert habt ja und ich würde sagen starten die erste runde ich bin jetzt du mal gucken wir machen zwei poco sind nicht so gut in pols ist wenn ihr tipps habt schreibt gerne wie bei jedem anderen in die kommentare ja dann gucken was sie machen können shift okay ich schiebe mich mal nicht okay 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 das ist okay sind noch fünf nicht so gut aus das problem ist halt dass noch fünf leben fünf teams und das wird dann noch ein bisschen so sein vielleicht wenn wir den edgar holen ist nee okay das leben noch beide team okay doch der edgar muss der edgar muss ja vier ja man geil in die kipps wie geil war das gerade dass der ding tot war jetzt nein nein nicht so spannend der kolt wir hätten wir hätten zwei sicher gehabt hat er nicht spawnd hab ihn hab ihn nice komm nee okay ja okay zweiter ist gut ist gut ist stark okay ich rufe kurz hier diese pols ab okay nichts ja nichts drunter ja danke ne okay okay also wir werden so ein paar games spielen und dann reicht's auch mal also ich werde nochmal unsere accounts vorstellen ich zeig die gleich auch nochmal ja gut stark erstmal hast du geholt gut das ist schon mal ein guter start stark erstes team haben wir und fünf cubes alter das ist schon ein showdown junge wie schnell ging das ich würde sagen das war's noch mit dem video hier nochmal er kommt von ihm ich so ich ôn ich sagen das was mit dem video tschau tschau